Trikutasana, die Dreigipfelstellung, gehört zu den Asanas, die im Shri Tattva Nidhi vermutlich im 19. Jahrhundert beschrieben wurden und die heute nicht mehr so häufig praktiziert werden. Der Shri Tattva Nidhi beschreibt es im 21. Vers wie folgt, lege dich auf den Rücken und gib die Fußsohlen auf den Boden, gib die Ellbogen auf den Boden und hebe das Becken. Das ist Trikutasana, die Asana der Dreigipfel. Damit es wirklich Dreigipfel sind, musst du zum einen das Becken etwas tiefer halten als die Knie, zum anderen ist der Brustkorb stark gewölbt und schließlich ist die Nase oben bzw. der Kopf oben. Im Grunde genommen ist es eine Variation von dem Tisch bzw. auch von der schiefen Ebene auf Ellbogen. Diese Stellung stärkt manche Armmuskeln, manche Gesäß- und Rückenmuskeln und etwas auch manche Oberschenkelmuskeln.